Hahahaha, ich würde an den Hüft sprüggeln! Herzlich Willkommen beim Omnipräsenten Operationsportal. Oho, Siegen! Bitte sagen Sie 1, wenn Sie Donuts bestellen möchten, sagen Sie 2, wenn Sie eine Verfolgungsjagd bestellen wollen, oder sagen Sie 3, wenn Sie ein Passwort zur Entschärfung einer Bombe benötigen. Drei. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben ein Passwort für das Entschärfen einer Bombe bestellt. Gute Wahl! Bitte nennen Sie Ihre persönliche Agentenkennzahl. Oh, ah, der Geburtstag meiner... Das habe ich nicht verstanden. Bitte wiederholen Sie. 56... 34... Das habe ich nicht verstanden. Ich verbinde Sie zu einem Omnipräsenten Operator. Oh, oh, Siegen! Sie sprechen mit Jacqueline Werner. Ich brauche ein Passwort zum Entschärfen einer Bombe. Adresse, Geburtstag... Ich bin Geheimagent. Das sagen alle, die hier anrufen. Ups. Ich bin Geheimagent. Ich bin Geheimagent.